Dieser neue Ford Transit steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für 6 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, Wegfahrsperre, Klimaanlage und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 7,0 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis